Ich bin Marje Doudier, ich bin als Erstklässler nach Deutschland gekommen, bin jetzt 28 Jahre alt, habe Bauingenieurwesen studiert und wir sind in der Familie seit 2018 vegan. Ich bin Jasan, 28 Menschen Jahre alt, meine Passionen sind Architektur, Musik, Nudeln mit Joghurt und Astrophysik. Mein Papa Ibrahim ist ein genialer Künstler und es gibt glaube ich nichts, was er nicht reparieren kann. Meine Mama Nabila, Künstlerin in der Küche, ihr Lebensmotto, nur ein voller Magen ist ein guter Magen. Wir sind Familie Doudier aus Nürnberg und bei uns gibt es ein kulinarisches Halligalli. Deswegen ist es eine weitere Sache, die sie gelernt haben, aber für sich natürlich niemals umsetzen können auch, weil sie diese Mittel gar nicht haben. Ich bin Marje bola, machen medianer Künstler, machen wir doch noch ein bisschen Pause! Ich bin Marje Doudier, ich bin Marje Doudier.